Ich bin jetzt mit Danja. Ich glaub, Richtung Navigation. Danja. Also, ich hab schon viele dumme Sachen gemacht, aber ich glaub, das war die absolute Krönung gerade. Hey, Leute! Was geht? Danja hier mit... Kahn, hallöchen. Und... René, hallo! Und... Claudio, hallöchen. Hello! Und wir haben heute wieder eine neue Among Us-Challenge vor. Und zwar werden wir uns während der Spielrunden komplett unmuten. Also, wir reden die ganze Zeit. Und wenn wir aber in der Diskussionsrunde sind, dann müssen wir die Klappe halten. Also, da sind wir dann stumm geschaltet. Also, genau umgedreht, wie sonst. Oh, cool! Okay, sehr gut. Und wahrscheinlich, wenn man dann noch rumläuft in der Runde und nicht gemutet ist, dann darf man aber auch, sobald man erwischt wurde, gar nichts mehr sagen, wahrscheinlich, oder? Ja, genau. Also, wenn du erwischt wurdest, dann musst du dich muten. Genau. Also, ist ja auch klar, sonst könnte man ja auch direkt sagen, wer einen erwischt hat. Genau. Okay. Also, eigentlich ziemlich easy peasy, aber ich stelle mir das ganz lustig vor. Okay, Start! Ja! Oh, jetzt kommt es schon an, wie die Leute im Chat. Okay, jetzt bleiben wir soweit laut. Genau, jetzt bleiben wir die ganze Zeit laut. Jetzt kriegen wir die Rollen. Crewmate live. Na gut, ob ich euch glaube, ob ihr Crewmate seid, weiß ich nicht. Alle, die jetzt nach einer Sekunde Crewmate rumschreien, die sind schon mal sass. Nee, alle, die jetzt die ganze Zeit sagen, äh, wer jetzt Crewmate schreit. Ja, 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 werden wir gleich sehen. Hallöchen, hier ist Kahn. Oh, Claudio ist jetzt gut. Oh, komm schon, direkt hier im Herzen. Oh, das ging aber schnell. Okay, ciao. Okay, warum gibt es jetzt direkt ein Emergency Meeting? Ich habe geschrieben. Claudio, du bist immer noch laut. Claudio, du bist immer noch laut. Achso, jetzt. Ah, okay. Okay, Orange? Weiß ich nicht. Ja. Das ist aber echt krass, was er jetzt hier macht. Will ein Electrical sein? Okay, dann hauen wir mal braun raus, würde ich sagen. Der war nicht in Atmen. Okay, dann wahrscheinlich noch grau. Grau war nicht bei Atmen. Ey, Claudio. Was soll das? Dann, du kannst es. Vielleicht doch einfach furchtbar. Okay, das war eindeutig. Jetzt bin ich gespannt. Also, das wäre halt echt ... Boah! Das war ja wirklich richtig stark. 500 IQ. Wer achtet denn auf so was? Das ist krass. Das ist wirklich stark gewesen. Daniel, oder generell, wenn ihr einen Tipp wollt für Kartenswipe, ihr müsst die Karte nehmen und dann ab und zu schnell hin und der wischen und danach am Ende einfach durchwischen. Ich habe es gerade beim zweiten Mal geschafft, aber danke schön. Kann jemand bitte zu O2 gehen? Ich bin gerade in ... Ja, ich bin schon da. Ich bin schon da, ich war aber gerade noch in der anderen Task. René, du kriegst es nicht in die Zahnleitung. Was machst du denn da? Klar, sind wir schon fertig. Ich würde mich auf jeden Fall von ... Was machst du ja eigentlich? Du machst hier den ganzen Tag nichts, du chillst und beobachtest die Leute, ne? Nee, ich habe Kartenswipe gemacht. Okay, wieso gehen denn die Türen jetzt schon? Was aber ganz schön lange für gebraucht. Cafeteria, ist gerade was passiert? René, schau es mal schnell. Ich bin jetzt hier gerade Communication. Hä, warum sagst du das, Claudio? Oh, Cafeteria, ist was passiert? Was soll bei Cafeteria passiert sein? Okay, nee, ist doch nichts passiert. Bist du sicher, Claudio? Nee, weil ... Ich habe mich vergruckt, sorry. Claudio. Mach dir mal schnell die Lichter an. Ich bin gerade bei Shields, wenn irgendwas passiert. Ja, ich gehe Electric. Ah, okay, Danja auch. Ja, ich bin gerade schon da. Ah, Rot ist ja auch schon. Ich muss da ... Wo ist Claudio? Ich bin vor Electrical mit Humble Guy und Grau. Oh, da liegt eine Leiche. Oh. Danja. Humble Guy und Grau können es nicht sein. Ist es Danja? Nein, ach so, es ist ich. Nein, du bist ... Ja, sorry. Ich dachte erst, es wäre Danja, weil es pink ist. Orange, calm down. Okay, das Ding ist, ich war ja direkt daneben. Aber ich habe echt nichts gesehen. Also, ich war zwar in Electrical, aber ich habe ja meine Tasks gemacht. Und deswegen ist es so bescheuert. Man war direkt daneben, aber ich kann es echt nicht sagen. Es kann natürlich sein, dass Danja den Self-Report gemacht hat. Aber sicher bin ich mir trotzdem nicht. Schwierig, ey. Ist echt schwierig. Ich bin halt einfach direkt da und habe halt nichts gesehen. Also, Lilly, Khan und René sind halt die einzigen, die kein Alibi haben. Ja, sorry, es tut mir leid, aber wenn hier einer sass ist, dann bist du es. Also, René ist nicht sass. Ja, sag ich doch. Ja, ich kann es gerne. Ach so, nee. Das Ding ist, ich war gerade in Electrical und das war auch, wo die Leiche war. Ich hatte als nächstes reported, aber ich habe meine Tasks in dem Moment gemacht. Ich habe keinen Download gemacht. Ich habe nur den Regler hochgeschoben. Jetzt beruhig dich mal, Sherlock. Ja, ich komme mit dir mit in Lower Engine. Wir gehen mal gemeinsam mit zu Lower Engine. Ich gehe nicht zu Lower Engine. Ja, das kann ja nicht nur Khan sein. Weil, warum hat Khan vorhin gefragt? Orange verfolgt mich jetzt auf jeden Fall. Orange denkt, ich bin es, aber ich bin es nicht. Also, mir ist es absolut wurscht. Ich habe meine Tasks fertig. Wie sieht das bei euch aus? Ich bin jetzt fertig. Ich muss bei Upper Engine noch was machen. Was musst du denn machen, Claudio? Ich bin fertig. Ich bin jetzt fertig. Ich habe abweich meine letzte gemacht. Nilli ist mir gerade entgegengelaufen. Ich muss einmal Shields machen und einmal Upper Engine. Also, die beiden entgegengesetzten Richtungen. Ich bin Edmund. Ich gucke gerade in die Puls rein. Zwei Minuten. Wenn du fertig bist, geh doch einfach direkt zu Electrical. Dann mach das Licht wieder an. Electrical ist gerade was passiert. Jemand schnell zu Electrical. Jemand schnell zu Electrical. Ja, ja, ich bin gerade schon auf dem Weg. Ich bin gerade schon auf dem Weg. Okay. Oh, Orange. Okay, es ist keine Gewand. Ich habe gehofft, dass jemand sich zu Matt Bay wendet. Verdächtig ist Daniel jetzt auf jeden Fall für mich. Weil die war gerade schon einmal da in Electrical, als einer da erwischt wurde. Und gerade hat die dann auf einmal gesagt, dass einer zu Electrical sein muss. Ja, es könnte vielleicht Dania sein. Ja, es ist Dania. Santa ist Imposter. Also, ich wurde jetzt Dania, aber ich glaube halt... Kannst du bitte aufhören, mich rausvoten zu wollen, Kahn? Das ist ja fürchterlich. Ey, ihr seid doch einfach nur... Okay, ich glaube... René, du bist auch so leise die ganze Zeit. Ja, weil ich einfach wenig hatte, was ich hätte erzählen können. Also, ich habe gerade meine Tasks gemacht. Und einfach nur irgendwas zu sagen, wo ich meine Tasks gemacht habe, hätte da wenig mehr weggebracht. Okay, es könnte vielleicht Lily sein, weil Lily kann es... Obwohl. Aber jetzt ist Grau hinter mir her. Ich könnte mir auch echt vorstellen, dass ihr beides gerade seid und euch so krass gegenseitig beschuldigt, dass... Achso, es ist nur noch einer, okay. Es ist nur noch einer. Lower Engine, ist was passiert? Kannst du schnell schauen? Security sind jetzt zwei Leute. Nein, Lower Engine ist gar nichts passiert. Nee, ist nichts passiert. Nee, ich war gerade auch... Ich war gerade auch Lower Engine. Security? Wo bist du, René? Ja, wo ist ein Security... Wo bist du gerade, Claudio? Ich bin gerade auf dem Weg, Lower Engine, um meine Tasks zu machen. Ich glaube, der ja Lily ist bei mir gewesen. Lily ist mir entgegengelaufen. Okay. Brody, Kahn, du musst aufpassen auf Brody. Sehr gut. Wer war's? Lily? Oder wer? Ja. Ich kann es gerade auch nicht sagen. Ja, gelb. Nein, Lily ist doch da. Nee, wer war's? Lily war doch gelb. Nee, aber gelb ist geist bei uns. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Wir haben auf jeden Fall gewonnen. Brody ist doch da. Ich weiß es nicht. Orange. Orange war's. Aber den hatten wir ja. Der ist gelieft. Nee, orange war's nicht. Orange war's nicht. Kannst du dich mal bitte wieder pink machen? Ich denke die ganze Zeit, du bist pink. Ehrlich, ich auch. Ja, Entschuldigung, es hatte vorhin jemand. Vorhin als pink, äh, wo die pinke Leiche war. Ich dachte mir so, okay, Daniel ist erwischt worden. Hm. Okay. Ja, aber macht Spaß. Ich finde, er hat einen etwas anderen Reiz gerade. Ja, war echt eine gute Idee. Crewmate. Reden wir jetzt nicht weiter? Ach so, doch, doch, sorry. Doch, doch, doch. Sorry, sorry. Äh, Gewohnheit. Sorry. Ja. Ich darf gemeinsam mit Canon Navigation. Calm, bleib vor. Weapons stehen. Okay. Warum wollt ihr denn nicht, ähm, ich weiß nicht, wollt ihr nicht zuerst was anderes machen? Was? Ach du meinst, Admin. Was soll das heißen? Super, Danja. Ich bin Danja, ich bin, ich achte auf alles. Ja, sorry, okay, wir können das machen, aber ich achte doch nicht immer auf Admin direkt als erstes. Ich weiß nicht, ich mach das immer direkt als erstes. Und das ist sowas, ich finde es immer total komisch. Ja, kannst du ja ruhig, muss ich, ich mach das ja nicht machen. So, ich hab jetzt in der Mad Bay meine Reaktion zu erfüllen lassen. Ich, ich saß euch doch nicht direkt, ich hab doch nur gefragt. Ja, aber trotzdem, direkt diese Frage. Ey, jetzt chillt doch mal ein bisschen. Das nervt. Elektronik sind drei Leute, die Security ist eine Person. Der Lötzke sind nur noch zwei. Okay, Orange braucht sehr lange mit den Kabeln. Ich glaube, es ist Orange. Weil er lange mit Kabeln braucht. Ja, aber verdächtig lange. Ja, Claudio ist bei mir. Ja, aber ich brauch auch voll lange dafür. René, 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 Elektrik, glaub ich. Elektrik, jemand ist auch, warte, Lauer Engine, Lauer Engine. Warum schützt du jetzt eigentlich Orange? Aber gut. Ich schütz nicht Orange. Nein, die Verschülter sind nicht an. Ja, my bad. Ich glaube auch. Dankeschön, Blau. Boah, ey, Leute, könnt ihr damit jetzt mal aufhören im Chat? Ich geh auf Claudio. Der stellt mir wieder zu viele Fragen. Irgendwie macht das... Einfach, wir wollten einfach Dania. Einfach nur für den... Zum Spaß. Dann hat Dania sich ein bisschen aufregt. Kahn, kommst du auf, wenn die Leute gegen mich zu hetzen? Wieso? Ach so, das sagt der Richtige. Das sagt der Richtige. Aber Kahn, wenn man Fragen stellt, ist das doch gut. Ja, aber das Problem ist, wenn man Fragen stellt, lenkt man davon ab, was man selber gemacht hat. Und das stört mich immer. Nein, du musst ja einfach nur rausfinden, was so passiert. Leute von heute, ey. Claudio, entmüde dich mal bitte. Claudio, du musst dich... Vielleicht ist er tot. Claudio ist tot. Oh. Okay, grün habe ich auch. Okay, grün bei Security. Claudio hat es auch erwischt. Das könnte auch René vielleicht sein. Okay. Ja, haben also schon mal drei Leute erwischt. Das läuft schon mal bisher gar nicht so schlecht, aber... Okay, finde ich schon mal gut, dass Dania jetzt Kahn beschuldigt. Eigentlich war es nicht, weil ich habe die... Also, wir könnten jetzt noch mal skippen. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich gehe auf Kahn. Einfach. Einfach nur... Das war knapp. Okay, was passiert jetzt? Niemand. Unentschieden. Ja, das war knapp. Also, ich habe grün gefunden. Ich war vorher bei Reaktor. Und ich bin auch mit meinen Tars jetzt auch schon fertig. Grau läuft hinter mir her. Nur kurz so zur Info. Und blau auch. Okay. Mhm. Ja, ich glaube, die wollen jetzt einfach gucken, ob das... Orange kommt mir gerade entgegen. Ich finde Orange sehr sass. Aber warum findest du Orange sass? Wegen den Stromkabeln in der ersten Runde. Aber... Also, ich weiß halt nicht, was du meinst mit... Hat lange gebraucht, ne? Ja, für Kabel ist das ein bisschen... Aber macht die Tars. Wir sind gleich fertig. Ja, ich muss auch nicht mehr so viel da machen. Ja, ich glaube, es ist Orange. Oder, René? Was ist mit dir? Ja, wer weiß. Oder vielleicht bist du es auch. Wer weiß das schon? Ja! René! Ich finde keine Worte für dich, echt. René! Mann, ich habe nicht gedacht, dass das so schnell vorbei ist. René, eine Frage. Habt ihr den ersten Kind in der Lux-Spiele gemacht? Äh, ich nicht. Dann wahrscheinlich ja mein Kollege. Mit wem warst du dann nochmal? Äh, Noda. Ähm. Dunkelblau. Okay. Nicht stumm. Okay. Okay, mein Spiel startet nicht. Ja, jetzt glaube ich. Crewmate. Okay. Okay. Danja? Ja? Warum bleibst du stehen? Weil ich gerade kurz Eva schreiben musste. Hm, während, naja. Ja. René hat so aufgesäufst. Was war das? Ich habe nur gelacht. So gesäufst. Ja, René hat so aufgesäufst. Oh, Karl ist weg. Karl ist weg. Und wo? Ja, aber wo? Erzähl das mal, wo. Es kann ja nicht nur Navigation sein. Also, Valkan geht ja meist zu Navigation. Bibi. Ja, den können wir erst mal so hinnehmen, würde ich sagen. Wen können wir denn raus? Hä, er hat doch reportet. Er hat doch reportet. Schauen wir mal. Hauen wir mal blau raus. Come on, come on, come on, come on, come on. Lass es bitte blau sein. Ja, super, da haben wir ihn noch erwischt. Das war schon mal gut. Ja. René, ich habe dich lieb. Ich dich auch. Danke. Sagst du das jetzt, weil du mich jetzt erwischt? Ja. Es sind vier Leute in der Electrical und René ist mit mir in Edmund. Komm, René, wir gehen gemeinsam dahin. Ja, ich muss nur noch den Upload machen. Oder Download. Uns von beiden. Eins von beiden? Ich bin gerade bei Electrical. Wo seid ihr? Ja, denkst du, ich gucke dahinten? Ich bin jetzt gerade Electrical auch. René, warum bist du eigentlich so ruhig die ganze Zeit? Bin ich doch immer. Nein. Das ist ein Lie. Vor allem stimmt das auch gar nicht. Ich habe doch gerade was gesagt. Ja, stimmt. Oh, Claudio liegt. So, ui. Ja, René, aber das ist nicht so lange her. Ey, wieso gehen die jetzt alle auf mich? Ach, keine Ahnung. Ich weiß jetzt zum Beispiel auch nicht, ob Daniels ist. Aber so wie das hier aussieht. Okay, jetzt nach Grün. Ja. Oh, Mist. Oh, Mist. Oh, Mist. Das war nicht René. Sorry, René. Aber ich dachte, ihr beide wart gerade zusammen bei Admin. Na gut. Na gut, na gut. Dann gehe ich jetzt meine Task erstmal weitermachen. Weil, ich habe noch relativ viele Offen. Da muss jetzt bitte mal jemand anderes Reaktor meltdown. Okay. Dann hier noch wieder Uploaden. Ich habe voll die langen Tasks in mir gesagt. Ja, gar nicht. Ja, jetzt haut der mich bestimmt raus. Okay. 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 was bin ja ich habe das gemacht tut mir leid keine ahnung das ding ist jetzt gibt es halt blöd nein das ist nicht pink ich Okay. Okay, immerhin hat mich jetzt, äh, niemand rausgevotet. Ich bin es nämlich tatsächlich auch nicht, aber ich muss meine Tasks machen. Ja, das wissen wir. Vielleicht bin ich auch fertig in meinen Tasks, das dauert viel zu lange. Gefühlt gar nichts fertig. Extrem viele lange Tasks. Okay, Upload. Das ist ja, glaube ich, auch nur noch einer, weil den ersten hatten wir ja richtig. Jetzt bin ich gespannt, Anja. Okay. Okay. Dann gehe ich jetzt zu Storage erstmal. Boah, das wird extra, also wenn wir es noch schaffen, dann wird es extrem knapp. So. Okay. Ich muss noch zur Security. Das ist einfach mal wieder ganz am anderen Ende. Knapp, knapp, knapp. Okay, da war gerade, da war gerade grau. Oh no. Oh nein. Oh, jetzt wird es schwierig. Dania, kannst du dich ruhig, äh, wieder unmuten? Ja, kann ich, stimmt. Natürlich können wir skippen. Nein, ihr könnt... Schnell genug. Ihr könnt nicht skippen. Boah, keine Ahnung, wer es ist. Boah, ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Die werden sich jetzt halt gegenseitig beschuldigen. Dannia, jetzt sei doch nicht so dumm. Hey. Oh man, ey, ich weiß es nicht. Boah, bitte lass es richtig sein. Dania, nicht dein Ernst. Oh nein. Wie kommst du denn auf Leim? Wie kommst du auf Leim? Ja, es war jetzt gerade 50-50. Ich habe ja nichts gesehen. Nein, es war nicht 50-50. Warum nicht? Weil Braun die ganze Zeit schon, also die letzte Runde ist Braun auch auf dich gegangen. Und jetzt gehst du auf einmal gegen Grün, das habe ich nicht verstanden. Ja, weil ich wusste es halt jetzt überhaupt nicht, weil ich habe beide halt nicht gesehen. Ja, aber Braun ist in der letzten Runde auf dich gegangen. Ja, gut, aber das macht gefühlt jeder. Ja doch, natürlich. Nein. Dania, das war natürlich jetzt minus 500, ey. Nein, war es nicht. Es war jetzt einfach 50-50. Ich hätte einfach skippen wollen und hätte meine eine Task noch fertig machen wollen. 50-50 nicht ganz. Nein, also... Aber wie hätte ich das wissen sollen? Es kann ja gut sein, dass er denkt, ich bin sass. Nein, aber du hättest dich ja an Leim, äh, von dem letzten Chat noch, ähm, dranbleiben können. Ja, aber dann wäre das einfach nur so, so ein, bist mir sympathisch Vote, weil du mich nicht ges, äh, gesasst hast. Ja, genau. Genau. Weil, ne, weil was anderes hattest du ja nicht. Du sagst ja selber, du hattest nichts anderes. Ja, ich hatte auch nichts. Ich hatte wirklich gar nichts gerade. Ach, Dania, Dania, Dania. Das einzige, was ich gesehen habe, war halt gerade, dass, äh, grau in Electrical reingelaufen ist und dann war halt... Kurze Frage, wer hat denn reported gehabt? Das war doch auch, äh, Ghost, oder? Äh, ja, Braun hat... Du meinst beim letzten Mal? Ja, jetzt gerade. Äh, das war doch so ein Self-Report von Braun, oder? Ja, ja, Marcel. Sorry, meine ich ja Braun, äh, genau. Darauf auch achten, weil wenn Leute bei Electrical sind, da machen ja meist die Lights. Das heißt, sie sind in der Task drinne. Das heißt, wenn ein Stack-Kill passiert, derjenige, der reportet, ist es meist selbst. Ja, aber ich habe es doch nicht gesehen. Ja, okay. Ich glaube, René... Okay. Unmute. René? Jo, wieder vergessen. Das ist schön. Okay, Weapons... Ich glaube, jetzt zu Weapons gelb kommt mir hinterher. Gerade bei Storage, wenn ich sehe gerade... Äh, okay. Ich bin jetzt auch bei Storage ganz unten. Weiß jemand, was für eine Aufgabe es bei Weapons gibt, ganz am Rand, rechts? Was? Weiß jemand, welche Aufgabe bei Weapons ist, rechts am Rand? Äh... Ist das Kabel? Oder ist das Download? Boah, ich weiß es nicht. Boah, ich kann es jetzt auch nur vermuten. Ich glaube, es ist Download, aber ich weiß es auch nicht. Weil der Gelbe ist da kurz hingegangen, ist direkt wieder weg. Also wirklich. Ja, also... Ja gut, wenn das ganz kurz nur war, dann dauert... Also dann ist es ja für beides eigentlich. Ah! Gelb ist gewen... Was? Gelb ist gewenntet. Gelb ist gewenntet. Mach hier... Bei Electrical. Muss bei Electrical sein. Muss bei Electrical sein. Muss bei Electrical sein. Ja, das ist jetzt natürlich blöd, weil da kann... Ich kann Gelb jetzt nicht verteidigen. Ich kann Gelb jetzt absolut nicht verteidigen. Ich glaube grün war es auch, weil grün ist schon raus. Und damit... Also Lime. Okay, das heißt, drei Stimmen müsste jetzt Gelb haben. Warum wollte Dania nicht? Warum wollte Dania nicht? Warum wollte Dania nicht? Kahn? Ja. Oh, sehr gut. Was ich mich jetzt frage, ist es Dania oder ist es der andere? Der andere. Ich dachte Lime... Ich dachte Lime ist es, weil der ist direkt gequittet, wo wir... Gelb... Kann... Am besten bleibst du bei mir, Kahn, weil es ist Dania oder der andere. Ja, aber ich muss meine Tasse auch noch machen. Ja, hast du recht, aber die schaffst du glaube ich mit den Tasks nicht. Ich bin Edwin. Wo bist du gerade, Kahn? Du kommst und jetzt gehe ich Richtung Navigation. Mach du dort die Kabel. Bist du Claudio? Ich bin mit Grau und Sterich, er verfolgt mich. Ich bin jetzt mit Dania. Ich lauf Richtung Navigation. Dania. Das war richtig dumm, weil Claudio gerade mit Grau unterwegs war. Das war richtig dumm. Oh mein Gott, war das gerade dumm. Ah, Dania, warum machst du das? Warum, Dania? Warum bei vier Leuten? Dania, das ist so schlecht. Dania, jetzt vote einfach. Du bist raus. Dania, vote und erklär uns bitte, was du da im Schild hattest. Du bist noch gemutet. Das war jetzt einfach weg. Ich glaube, die will gar nicht. Das war so schlecht. Das war so schlecht. Und ich sage noch extra, ich bin mit Dania. Du sagst. Kahn, Kahn, vor allem dieses. Claudio, wo bist du? Oh. Das war so dumm. So schlecht. Das war so dumm. Wie du vor allem noch sagst. Ja, ich bin mit Grau unterwegs. Und ich so. Ach ja. Dann töte ich mal Kahn. Ach dann, ja. Das ist echt schwierig. Aber es ist echt schwierig. Es ist echt schwierig. Das war so dumm. Oh mein Gott, war das gerade dumm. Das war so lustig. Vor allem Kahn. Und dann, ja, war es schon passiert. Oh mein Gott. Ich glaube also, ich habe schon viele dumme Sachen gemacht. Aber ich glaube, das war die absolute Krönung gerade. Aber was war denn los? Hast du Panik? Nein, ich habe mich einfach gefreut. Frage mich auch. Die Versuche war zu groß. Ich habe einfach überhaupt nicht überlegt. Oh mein Gott. Oh, das war echt lustig. Okay. Neue Runde. Okay. Roommate live forever. Ist einfach besser bei mir. Wirklich. Nicht dieser Nervenkitzel. Den schaffe ich nicht. Den schaffe ich nicht. Den nehmen Sie dazu nach. Weapons zu holen. In Admin die Aufgabe ist. Die Kartenstweb-Aufgabe. Okay. Ja, ich kann auch erstmal eine Task in Weapons machen. Kann einer bitte O2 machen? Ich mache O2. Ja, ich kann es danach machen. Daniel steht jetzt aber, sie macht glaube ich nicht. Ich bin schon da. Ich bin schon da. Ich habe bei Admin gemacht. Ich habe es doch gemacht. Nein, jetzt chill doch mal. Ist doch schon durch. Ist okay. Navigation mit Gelb. Ich mache meinen Däumen hoch. Claudio ist ja schon wieder alle am Verdächtigen. Okay, Gelb ist weggegangen. Jemand ist in den Camps. Ey, ich schwöre, Claudio kann einfach nicht. Claudio. Claudios Hass. Merkt euch das. Ja. Ich habe euch nie. Ja, ja. Daniel, wo bist du? Okay, jetzt müssen wir ein bisschen klug sein. Grün ist auch noch dabei. Das ist sehr, sehr gut. Claudio fragt schon wieder die ganze Zeit. Das schreibe ich jetzt erstmal nicht, weil, äh, Admin ist ja direkt da drunter. Und dann wäre ich ja direkt in der Nähe von Daniel gewesen. Und ich glaube, das hat mich ein bisschen verdächtig gemacht. Die Frage ist jetzt, hat er hellgrün gesehen? Also, Gelb hat ja reported und sagt, dass es, äh, hellgrün war. Schwierig. Also, ich glaube, ich... Ja. Ich probiere hellgrün mal. Schwierig. Grün darf nicht raus. Grün darf nicht raus. Weil dann bin ich alleine. Nein! Okay. Grün, ne? Ja, ich auch. Aber es macht doch Sinn, weil... Ja! Sehr gut! Sehr gut! Das hat schon mal funktioniert. Aber, Kahn, wir müssen überlegen, was andere war. Das hat schon mal funktioniert. Aber wer ist denn in Camps und nun sagt... Wo warst du denn? Wo warst du? Du stellst schon wieder so viele Fragen. Kahn, Moment. Weißt du, warum ich die Fragen stelle? Weil ich in, äh, Navigation war und derjenige bei Camps kann mich, äh, proven. Aber der macht es nicht. Naja. Ist ein bisschen... 8, 9, 2, 1, 7. 8, 9, 2, 1, 7. Rene, ich hab schon gemacht. 8, 3, 8, 3, 0. 8, 9, 2, 1, 7. Ah. Claudio? Ja, was ist? Was wird das hier? Orange kommt da gerade her. Gelb kommt da her. Wo ist René? Ja, Gelb ist jetzt gerade auch bei mir in Electrical. Orange ist oben bei Cafeteria. Gelb läuft mir hinterher. Okay, Gelb hätte jetzt gerade eine super Gelegenheit, mich zu erwischen. Kahn ist bei mir. Vorsichtig, René. Mach das schon mal nicht. Kahn ist bei mir? Ja, ich bin bei dir, um das hier alles schön zu beobachten. Was hast du gerade gemacht, Kahn? Ich frage dich, was hast du gemacht? Du hast doch hier ganz bestimmt kein Upload gemacht. Du hast ganz bestimmt kein Upload gemacht. Du hast ganz bestimmt kein Upload gemacht. Gelb bist du noch bei mir? Nee, ich hab gerade Upload gemacht. Moment, Kahn. Ja, ja, warte, stopp. Nein, 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 nein. Ganz klar. Kahn, äh, René, René, es ist Kahn. hopeja, Ready? Guck mal, Kahn! schau. Schau, Claudio. Warte, ich kann nicht die schlechte Frage. René, mach einfach die Task. Mach einfach die Task, guck mal Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, und jetzt geht Claudio auch noch auf mich Also, allein schon deshalb werde ich jetzt gegen den Routen Und dann sind wir weiter Unentschieden René, mach einfach die Task René, er sagt, mach einfach die Task, aber hat selber noch eigentlich hat er noch unzählige Tasks So, ich werde jetzt einmal vor euch beiden weglaufen und dann... René, hör mir doch mal zu Mehr interessiert mich nicht René, hast du vorhin gehört, wie Khan Kurz bevor er kurz reportiert hat So gesagt hat und dann erst reportiert hat Ihr seid für mich beides, was ihr euch gerade verhält Aber so wie du mich schon am Anfang beschuldigt hast und danach weiter, obwohl ich es definitiv nicht bin René, ich mach jetzt die Leits an So, die Leits sind jetzt an Ja, toll, das kann man auch als Impostor machen So Khan ist bei mir in Electrical Aber orange kann es ja nicht sein Ja, Khan war bei mir in Electrical Khan ist jetzt hier Wie, Khan ist jetzt hier? Khan ist in Electrical Ja, ich war ja auch bei Ah Kann ein Impostor? Oh, sorry Ja, ich war ja auch bei mir Ja, ich war ja auch bei mir Ja, ich war ja auch bei mir Wir boten einfach Khan raus Ich weiß zwar nicht warum Aber Khan macht irgendwie keine Task Claudio schreibt den Leuten die ganze Zeit auf Türkisch stand Jetzt muss ich auch schreiben Aber für mich ist es Claudio Ey, ihr seid so welche Ja, sorry, aber tut mir leid Diese Runden mit Claudio machen absolut keinen Sinn Ja, weißt du warum? Nein, ich sag dir warum Du schreibst den Leuten auf Türkisch Ich liebe dich und was weiß ich Und gehst die ganze Zeit auf Türkisch gegen mich Spiel mal dieses Spiel vernünftig Was ist das für ein Spiel, was du hier spielst? Ja, Khan, aber warst du es oder warst du es nicht? Ja, ich war es, aber Ja, natürlich war er es Weißt du ja warum, Khan? Ja, ich war es auch Nein, stopp, hör zu, hör zu Ähm, Orange hätte Orange, nein, aber Orange hätte dir Nein, Orange hätte dir niemals geglaubt Hättest du nicht auf einmal auf Türkisch da geantwortet Ja, eben Ja, klar Ja, aber genau das ist es Ich hätte das ja auch machen können Und du lässt mich nicht ausreden Ich wollte dir Nein, nein, Schwachsinn 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 Leute, jetzt chill doch mal Das kannst du sagen Das kannst du ruhig sagen Ich komm ja nicht, weil du b-b-b-b-machst Das stimmt doch gar nicht Du hast mich nicht ausreden lassen Ja, Leute, das war es mit der Wir unmuten uns Challenge Oh Die Stimmung ist zum Schneiden Ja, tut mir leid Aber mit Claudio macht das ja super viel Spaß Khan, weil ich so etwas dazu sage Ja, komm, sei ruhig Ja, ja, alles klar So, tschüss Tschüss